Servus, liebe Leute, heute, ihr seht schon rechts unten, öffnen wir mal eine kostenlose Magietruhe, ja, habe ich mir mal gedacht, habe ich bekommen, deshalb können wir uns die auf jeden Fall mal Giveaway, natürlich, 1. Juli wird es aufgelöst und natürlich werden jetzt wieder regelmäßig Videos kommen, nur bei den Thumbnails kann ich mir jetzt nicht ganz so viel Mühe geben, weil ich gar nicht mal so viel Zeit habe im Moment, vielleicht jetzt dann mal wieder, aber gerade nicht. Thumbnails, ja, natürlich wird das noch besser, aber ich kann nämlich jetzt nicht jeden Tag eine Stunde für ein Thumbnail hinsetzen, das geht natürlich nicht klar und ihr seht die Magietruhe, sieht schon ziemlich, ziemlich stark aus und nein, 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 naja, ach Gott, was bekommen wir, was bekommen wir, letzter Versuch? Ballon, okay, war in Ordnung, war in Ordnung, Jungs, ich würde sagen, dann war es das für die Folge heute, ganz kurz mal wieder, dass ich mal zurück rück bin, haut rein, bis dann und ciao! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.